Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bravely Default. Wir sind auf dem Weg und die letzte Nebenmission für dieses Kapitel, glaube ich, müsste die letzte sein, weil wir dann die fünf Leute fertig haben. Und es scheint so, als wäre es im Haus der Goodmans. Und das, wo wir der Ege noch dabei haben. Das wird ja... ...prickled. Ah, ich habe dich erwartet. Vielen Dank, was du getan hast. Bitte, bitte. Oh, Commander Goodman. Es ist gut, dass du dich nach Hause für eine Veränderung sehen kannst. Ich kam so schnell wie ich konnte, als ich hörte, dass das Windvessel ein Banquet in meiner Honour hielt. Ein Banquet? Meine Frau ist auch sehr glücklich. Sie können sehen, dass sie alle in einem Buskel, die Dinge vorbereiten. Ich habe mich gefragt, dass die Namen von Steiner und Neuer auf der Invitation gesehen haben. Wie Sie wissen, die Namen unserer Schild-Bearer-Officer, Festel? Ich glaube nicht, dich zu erinnern. Ich bin nicht so, dass du ein Banquet in meiner Wohnung hast. Ich habe keine Erinnerung von zu senden, so eine Art. Ist das so... strange? Ich bin ziemlich sicher, dass es in deinem Namen wurde. Nichts, dass alle. Der Banquet wird bald bereit sein. Ja, das ist gar nicht seltsam. Ich bin sehr jung, aber ich höre, dass sie ziemlich glücklich ist. Sie sagen, dass sie unsere Hüte schon mehrere Mal hat. Ich bin alle. Es sind meine Chefs von Operationen. Meine closesten Anwälte, Sie sagen. Mein Name ist Saronis Steiner. Es ist eine große Ehre, zu gehen in der Licht der Ihre Begründung, Lady Vestal. Ich bin Savasch Neuer. Ich bin sehr froh, dass Sie sich mit Ihrer Begründung haben, Lady Vestal. Es wird viel zu reden geben. Was ist das? Ich habe gerade eine Lettere abgeführt, die heute Morgen gekommen ist. Eine Lettere? Es gibt keine Schwerter auf der Seite. Lass mich das sehen. Daniel Goodman, Schildbehrer-Kommander. Sie werden heute Nacht sterben. Was auf der Erde? Ist das ein Kind einer schrecklichen Schmerz? Wer würde so etwas senden? Es kam heute Morgen. Ich glaube, Nostasia, unser Servant, hat es collectiert. Ich mag das nicht ein bisschen. Ja, wer mag schon, wenn da irgendwo steht. Sie werden heute Nacht sterben. Schildbehrer-Kommander. Hallo, Goodman! Du bist richtig. Du bist gut, Eleanor? Ja. Ich bringe die Food jetzt. Bitte, meine Apolosien für diese Disruption, alle. Nicht überhaupt. Die Lieder hat meine Blut geflogen. Eine Todesfälle, scheint. Ringabell, nicht so etwas sagen! Ist doch wahr. Ich hoffe, wir können noch mal die Klassen wechseln, weil ich glaube, mit der Kombination jetzt kommen wir nicht wirklich auf den grünen Zweig. Und ja, ich habe Zweig gesagt. Ja. 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 Super! Ja, ich würde mich hier fragen, wer hat uns hier eingeschlossen, aber ich glaube, das sind ein und selbe. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat sie auch die, die geschrieben hat. Nein, ich... ich würde niemals schrauben einen Fluss. Aber du warst die einzige, die mit dem Schwanz, während sie verletzt hat. Entschuldigung, das Blut wird nicht gefunden durch Konjunktur. Das ist es, der Verletzt muss sich zwischen uns. Äh, sie waren doch wirklich die einzige, die nicht, aber wir waren doch hier alle zu siebt. Die dritte Tür hat nicht öffnet, seit wir gekommen sind, nein? Niemand hat entstanden und niemand hat verlassen. Das bleibt nur uns. Ich würde nie den Vestal verletzen. Aber wie können wir euch anderen drei vertrauen? Wir wissen nichts über dich. Das ist nur... Vielleicht ist er ein geheimer Attentät und den... ...denn...denn...denn...puh! Jetzt fährt er das schwarze Meiste. Jetzt fährt er das schwarze Meister... Hatten wir euch auch nicht gesehen. Ich hoffe, dass ihr alle kalten bleiben könnt. Okay, achso, liegt daran, dass, äh, das Lustige ist ja, er hat so viele Berufe teilweise gemeistert. Das ist schon fast kriminell. Mache einen auf Schwarzmage. Ich habe irgendwie das Gefühl, beim Wechsel der Klasse stimmt irgendwas nicht. Die Daten werden nicht richtig übertragen. Oh, ich sollte vielleicht, vielleicht auch deswegen. So, viel zu viele, äh, so, äh, viel zu viele Dinge, viel zu viele Gespräche, deswegen. Und die bleibt bei Küre, alles Level 10 oder 9, ja, so, sodass wir eigentlich jeden Gegner vernichten können. Gut, äh, äh, Entschuldigung. Ich glaube, dass du sicherzustellen, dass wir diese Böse von einem Stück wegkommen, Frau Vestal. Ich werde mein Bestes machen. Was ist der Kulprin, Officer Neuer? Die Beweise alles beherrscht zur Frau, nicht wahr? Sie sich gut aussehen, und dann geht und macht diese schrecklichen Dinge. Vielleicht hat sie den Commander Goodman nicht mehrmals zurückgekommen. Senden die Todesrechte vor allem nachzudenken, nimmt ein kaltes, kalkulierendes Kriminell. Die Gedanken macht mein Blut gurgeln. Wenn das wahr ist, dann fühle ich mich so sorry für Poor Dan... für den Commander. Er hat hart gearbeitet für sein Land. Aber wenn du mein ehrliches Gefühl hast, dann denke ich, dass eine andere kann sich verantwortlich sein. Eine andere Person? Wer? Das ist nur für deine Augen. Ich habe gehört, die Verruggeräusche über den Officer Steiner. Verruggeräusche? Er hat seinen Weg nach den Rängen gearbeitet, werfen mit Merit, in viele battles seitdem der Krieg begann. Promotion nach Promotion. Und jetzt ist er der Joint Chief von Operations. Ich glaube, er will die Schildbearer nehmen. Wenn der Krieg weitergeht, Kommander Goodman kann sehr gut sterben in der Krieg. Und Steiner kann sein nächstes Mal. Er hat sich in der Krieg, in der Krieg, in der Krieg. Na ja, oder sie ist es, die mit dem Goodman eine Beziehung hat, oder Beziehung haben möchte, und na ja. Ihr könnt euch den Rest denken, oder? Oh, okay. Und mich fühlt sich so an, was sie zu sehen. Sie ist beschäftigt mit der Karriere weiterentwickeln. Ich wundere mich, dass sie auf jeden Fall verletzt werden kann. Entschuldigung, dass ich das sage, aber sie wird nichts verletzt. Sie sollten sehen, wie sie sieht bei Commander Goodman, Da, da, hab ich's gesagt, hab ich's gesagt. Tja, sie hat auf jeden Fall auch ein Motiv. Tja, das hab ich schon in Erwägung gezogen. Damit hätten wir zwei Verdächtige, wie's aussieht. Ich bin entschuldigt, dass du hier in die Welt verabschiedet hast. Ich hoffe, dass du und deine Kumpanien mich entschuldigen kannst. Ja, und schildbeweise. Ja, ich bin ein Wunsch. Ja, es gibt viele Schildbewerke, die meine Blut sind. Aber ich würde sagen, dass kein Mitglied auf mich hält. Die Steiner und Neuer haben sich in ihrer Unterstützung während der Krieg. Was wissen Sie von Nistagia, die Verkundigte? Heute war die erste Mal, dass ich sie kennengelernt habe. Ich habe nicht mehr Zeit in der Familie. Befragen müssen wir ihn trotzdem. Ich fühle mich besser, dass ich mit allen spreche. Richtig so. Ja. 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 Das. Ja. Naja, oder das Essen war vergiftet und sie weiß davon. Entweder Officer Steiner oder Officer Neuer, die zwei, die Invitations bekommen. Oder beide von ihnen. Warte, es ist zu früh, um zur Schlussfolgerung zu kommen. Ich kann nicht vorstellen, warum der Kommander diese zwei will. Dann vielleicht. Tja. Scheint so, als müssten wir diese Akte weiter bearbeiten. Und um das zu tun, müssten wir leider in die nächste Folge springen. Hoffe, ich sehe euch das nächste Mal, wenn es wieder heißt Navy Bravely Default. Bis dahin. Ciao.